Der Sportartikelhersteller Adidas rechnet erneut mit einem schwierigen Jahr. 2022 war der Gewinn dramatisch eingebrochen. Grund ist auch die geplatzte Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West. Adidas hatte die mit ihm entwickelte und beworbene Sportschuhreihe wegen antisemitischer Äußerungen Wests eingestellt. Einzelheiten zum Ausblick von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Adidas steht vor einem schmerzhaften Neubeginn. Die Geschäfte laufen immer noch schlecht. Die Aktionäre müssen sich daher mit einer deutlich gekürzten Dividende zufriedengeben. Erstmals seit Jahrzehnten rechnet Adidas womöglich mit einem Jahresverlust von bis zu 700 Millionen Euro. Nach Beendigung der Kooperation mit dem US-Rapper Kanye West fehlen Milliarden Einnahmen. Zudem kränkelt das Geschäft in China weiter, wo Adidas seine Produkte meist nur mit hohen Rabatten verkaufen kann. Bei Adidas stapeln sich Tausende von Kanye Wests designten Schuhen. Offen ist, ob daraus nach dem Fiasko noch Geld zu erzielen ist. Große Summen fließen dennoch an Ex-Chef Kasper Rohrstedt. Er hält eine Abfindung von mindestens 12 Millionen Euro im Zuge der vorzeitigen Auflösung seines Vertrages. Der Wolfsbarsch gilt als Edelfisch. Gourmets schwärmen von seinem zarten weißen Fleisch und loben die Röstaromen, wenn er auf der Haut gebraten serviert wird. Blöd nur, dass der kulinarische Knaller viel zu oft in den Netzen der Fischer landet. Im Mittelmeer gilt der Wolfsbarsch als überfischt, wie übrigens rund ein Drittel aller Fischbestände weltweit. Um diese zu schützen und weiterhin so deliziöse Teller zu reichen, gibt es die Schuppentiere zunehmend jetzt auch vom Land. Florian Decker war mittendrin in Saarbrücken, wo der Fang statt aus freier Wildbahn nun aus dem Bassin kommt. Dieser Fisch ist ein Pionier, doch er weiß es natürlich nicht. Wenn der Wolfsbarsch später am Tag im Luxusrestaurant auf dem Teller landet, wird er als Neuheit angepriesen. Denn er kommt aus einem Container, 600 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Christian Steinbach, Carolin Ackermann und ihr Team haben den Sea-Water-Cube erfunden. Vier Container nebeneinander, Fassungsvermögen 70.000 Liter Wasser. Schnell aufgebaut und betriebsbereit. Die Zielgruppe? Gastronomie, aber auch Bauernhöfe, die sich ein weiteres Standbein aufbauen wollen. In ganz Deutschland könnten so viele kleine Fischzuchten entstehen, statt wenige große. Fast alles läuft hier vollautomatisch. Der Kunde hat den Vorteil, dass er relativ wenig Arbeitszeit in den Betrieb der Anlage stecken muss, weil die meisten Funktionen hier vollautomatisiert sind. Und die Betriebssicherheit steigt natürlich, weil alles, worüber man sich keine Gedanken mehr machen muss, was automatisiert und sicher läuft, führt dazu, dass natürlich die Produktion nachher auch stabil läuft. Als die Gründer vor einigen Jahren an der Hochschule über große industrielle Fischzuchtanlagen forschten, merkten sie schnell, in klein wäre es noch nachhaltiger. Denn die langen Transportwege fallen weg. Die vermiesen dem Barsch bisher seine Umweltbilanz gehörig. Doch es gibt auch andere Probleme bei der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel das Fischfutter. Das enthält im Moment noch Fischabfälle. Vegetarisch wäre besser, doch das fressen die Fische nicht. Die brauchen den Duft und einfach die Inhaltsstoffe, die aus den tierischen Proteinen kommen. Eine weitere Idee für mehr Nachhaltigkeit, das Abwasser als Düngemittel nutzen. Doch das ist noch nicht marktreif. Eine dieser Fischzuchtanlagen von Sea-Water-Cubes ist schon verkauft. Zwei weitere sind im Bau. Investoren haben sie von ihrer Idee schon überzeugt. Nur viele Kaufinteressenten entscheiden sich noch dagegen. Zu hoch ist offenbar das Risiko gerade im Vertrieb. Einen mittleren sechsstelligen Betrag kostet die Fischzucht. Das macht den fertigen Fisch teurer als herkömmlichen. Und auch Abnehmer muss man erst einmal finden. So, eine Fischliebelung. Hallo. Dein Fisch. Im Restaurant Casino am Staden macht der Preis von 30 Euro pro Kilo nichts aus. Die Wolfsbarsche aus Saarbrücken verkaufen sich hervorragend. Der beste Fisch, den ich bis hier jemals hatte. Er ist ganz frisch. An manchen erkennt man noch an der Leichenstarre, wie frischer er ist. Also frischer geht es eigentlich nicht. Neulich haben sich Kunden beschwert, erzählt man sich in der Küche. Das sei doch kein Wolfsbarsch. Dabei hatten die Gäste wohl nur noch nie so frischen Meeresfisch gegessen, der nur ein paar Stunden vorher mitten im Saarland gefangen wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017